Also es sind noch 26 Spieltage, mal drei gleich 78 Punkte im Topf. Das ist noch eine lange Zeit und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn man da oben steht, auch man dann eben Druck kriegt. Aber Dortmund macht es ohne Frage gut, kein Thema. Die spielen einen sehr attraktiven Fußball und stehen korrekterweise da, wo sie gerade stehen. Entscheidend war, dass wir schnell die Kurve jetzt wieder kriegen. Wir haben das am Samstag, wie gesagt, gut gemacht. Das war ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass jetzt weitere Folgen und dass wir morgen, wie gesagt, dann eben da weitermachen, wo wir am Samstag aufgehört haben. Die Mannschaft ist auch einen guten Weg. Sie weiß, was jetzt von ihr verlangt wird, was von ihr gefordert wird. Und dementsprechend hat sie unser vollstes Vertrag.